So, my friends, willkommen zurück bei Far Cry 3 Singleplayer. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe ja gestern im Multiplayer in der Aufnahme die Grafik auf hoch gesetzt, weil ich sonst... Oh, Moment. Auf hoch gesetzt, weil ich sonst nicht wirklich Multiplayer zocken kann, weil ich da eine schnelle Reaktionszeit brauche. Aber wir sind ja hier im Singleplayer und da scheißen wir auf die Reaktionszeit. Mir fällt nur gerade ein, ich muss mal kurz in den Laden rein, weil nämlich einer kommentiert hat, von wegen man kann an einzigartige Waffen Schalldämmen voranschrauben. An die zum Beispiel. Guck mal da oben, das Kaufen verändert sich cool. Ausrüsten. Ne, Moment. Anpassen. Geht gar nicht. Okay, gut. Ich dachte nur, ja gut, dann hat er wahrscheinlich auch nicht richtig gewusst. Macht aber nichts, weiß auch nicht mehr, wer das genau war, schon ein paar Tage her. Ja, genau. Relikte. An Relikten waren wir dran. Da ist zum Beispiel... Ich will das Relikt markieren. Hier, so. Ähm... Ja, genau. Relikte und dann gucken wir direkt noch, was wir noch haben. Wir haben Relikte und zwar auch nur noch 14 Stück. Dann haben wir natürlich noch viele Prüfungen der Rakyat. Eine Fähigkeit, die ich wahrscheinlich nie freischalten werde. Man kann jetzt zwei Waffen noch freischalten. Muss ich auch noch gucken. Ja, ansonsten machen wir jetzt erstmal alle Relikte noch fertig. Ja, Fahrzeug wäre jetzt zwar auch nicht schlecht, aber gibt wohl gerade noch keins. Egal, egal. Kein Problem. Grüne Pflanze. So, und wenn wir dann die Relikte haben, dann müsste man auch gucken. Dann werde ich wahrscheinlich wirklich noch die Prüfung der Rakyat machen. Oh, hi. 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 Finde ich cool, dass die mir immer das Fahrzeug überlassen. Finde ich echt voll stylisch von den Kollegen. Hier können die mir jetzt ruhig aufsteigen. Mir Gesellschaft leisten. Ja, Siki, komm. Komm rauf, komm rauf. Ja, komm. Du auch noch. Okay. Okay. So, ich lasse doch keinen hier stehen, sag mal. Hast Autoklern dann auch stehen lassen. Oh. Für wen alle da nicht stehen? Für Doku Alpür oder was? Nein. Der war jetzt, sag mal. Komm schon. Komm, 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 komm. Okay, Jungs, ich versuche direkt mal kurz zum Fuß hochzukommen. Wenn nicht, müsste ich leider wohl nur übel doch mal... Oder was heißt hier leider? Nein. Boah. Geil, dass man da hochkommt. Sehr gut. Weil... Nein. Nein, jetzt komm ich da nicht hoch. Oder? Hm. Scheiße. Ah, doch, hier, komm mal hoch. Ja, sehr gut. Ja, voll soppr. Voll soppr. Ah, sehr schön. Da unten. Das Relikt muss ich schran. Wahrscheinlich von der Seite hier irgendwo. Oder? Auch nicht. Hatte ich mich da nicht schon mal so rumgequält bei so einem Drecksrelikt auf dem Berg? Ich glaube, das war das sogar, oder? Kann es sein. Boah. Der Berg kommt mir halt auf jeden Fall verdächtig bekannt vor. Hier geht... Ich wusste doch, da ist doch wer. Jetzt muss ich... Jetzt müsste ich nur mal den Eingang finden. Hier irgendwo vielleicht. Ein Bösch. Verdammt. Ich weiß nicht, wie ich an das Relikt... Oh, da hatten wir das letzte Mal schon krankgeschissen. Hey, 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 hey. Hi. Ne, gut, das Relikt, da muss ich noch gucken. Da muss ich auch bei YouTube gucken, irgendwie sowas. Äh, so lange müssen wir dann halt andere machen. Also, nicht so wild. Da unten das hier zum Beispiel. Da reise ich direkt hier hin. Und zur Not, wenn ich alle Relikte habe und bis auf eins oder so nicht mehr weiterkomme, dann kann ich ja mit Prüfung der Rakyat anfangen, bis ich halt weiß, wie das geht. Das wäre dann auch nicht so das Problem. Weil Prüfung der Rakyat könnte eigentlich auch ganz witzig werden. Könnten wir eigentlich mal probieren, eigentlich. Und mal gucken, wie ich da runterkomme. Und zwar einfach hier auf diesem Weg hier lang. Ah, guck mal her, genau. Voll der Schleichweg, weil er Trampel fährt. Aber für so einen Trampel wie mich perfekt. Boah. Nein! Oh, Mann! Verdammt, da fährt man extra langsam, vorsichtig und dann passiert so nichts. Jetzt komme ich da nicht mal raus, aber das ist verarscht. Verarsche mich doch nicht, Freundchen. So, wie komme ich da jetzt hin? Oh, jetzt komme ich da wieder nicht hin, ey. Doch, guck mal. Muss ich hier rein, oder was? Nö. Komm, den kann man mit Sicherheit nicht aufsprengen. Aber. Ich probiere es einfach mal. Äh, nö. Dachte ich mir fast. Dafür sieht die Tür zu massiv aus und ich muss direkt mal die Ventilator wieder anmachen. Weil mit Headset auf dem Kopf ist es dann schon ziemlich warm hier, hier drin so. Aua, verdammt, verdammt, da oben. Oh, Mann. Hallo? Gibt es ein Problem? Ah, ne, die jagen noch los. Nein, Bruder. Bruder, meine Bruder. Ja, auf Befehl. Walla. So, aber du, ich brauche deinen Auto. Oder euer Auto, besser gesagt. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne mitfahren. Kein Problem. Dann. Oh, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Toll. Äh, ddddddddddddddd. Ich kann jetzt bis davor fahren und da hoch. Oder aber ich reise einfach schon wieder dahin. Und werde da halt nochmal neu her anfangen. Dann können wir auch gucken, dass man vielleicht läuft oder so. Dann kommen wir da vielleicht auch besser rüber. Ja, ne, guck mal. Da gibt es das Auto ja schon. Wieder. Ach, übrigens, wenn ihr mich bei YouTube-Play enden wollt, da habe ich auch nichts dagegen, dass ihr mir Far Cry 3 nachjohnen könnt. Und im Allgemeinen habe ich auch nichts dagegen, wenn ihr mich bei Games of Windows Live oder hier bei U-Play addet. Da habe ich nichts dagegen. Das Einzelste, wo es wirklich dann nervt. Oh, ah, 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 ah. Dann müssen wir dann... Halt... Oh, rüberjump. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, man. Like a boss. Oh, ne, da ist ja noch mal einer. Okay, dann muss ich definitiv, wenn schon, hüpfen. Aber selbst so reicht es nicht mehr aus, glaube ich. Egal, ich fahre mal ganz nah hin, hüpfe aufs Auto und vom Auto rüber hoch. Oh. 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 Nein. Ach, meine Fresse. Kannst du echt vergessen. Jetzt wirst du wieder abfacken, ey. Jetzt... Hey, echt jetzt? Da kommen wir da drüben nicht ran, oder was? Ey, Mann. Die wollen mich doch wieder verarschen, ey. Nein, doch nicht runter. Oh Gott, das ist wieder ein Abfack, ey. Und jetzt... Ja, wie mache ich das am besten? Da komme ich ja wohl nicht lang. Heißt, das sind jetzt alles wieder so richtige Abfackdelikte, so klassische Abfackdelikte, wo du einfach gar keinen Bock drauf hast. Hey. Muss da hoch. Da ganz hoch. Oder was? Hey, kann man probieren, hier hoch zu latschen. Vielleicht klappt's ja. Also, so geht's schon mal nicht. Toll. Hey, so ein Abfack. Wie sollen wir dann alle Relikte kriegen, wenn die Hälfte jetzt am Ende noch total Abfack ist? Sauer da ewig, bis ich ein Relikt überhaupt mal hab hier. Wir haben schon zehn Minuten verdattelt und kein einziges Relikt gefunden. Oder gesammelt, oder wie auch immer. Nein. Boah, das hätte er aber echt schaffen können, ey. Ja, sauber. Ja, sehr gut. So. Nur so zum Spaß, Mann, wo ein Vogel abgeknallt, ey. Von super, ey. Hallo. Komm, ich bin... Ich bin nochmal fies. Ah, so, guck mal. Sauber. Hier geht's schon rein. Mein Gott, das ist doch schon ein Scheißversteck hier, ey. Da ist er richtig schwul, hier. Boah. Da geht's doch runter, ey. Hä? Wie soll ich das denn wieder machen, ey? Ah, okay, guck mal da drüber. Bam. Sehr gut. Gut gemacht, Jason. Gut gemacht, Jason. Servus, Gott. Boah, es ist dreckig versteckt, ey. Hallo? Nimm das Relikt. Hä? Jetzt dachte ich schon, wenn der das Relikt nicht nehmen kann, ey. Der ist backo schon wieder, ey. Ach komm, du nicht so, als wenn das anstrengend wäre. Ach komm, du nicht so, als wenn das anstrengend wäre. Müssen eigentlich noch ein paar sein, oder? Da müssen eigentlich noch ein paar sein, oder? Oh, der. Hallo? Ah, da, guck mal. Da ist eins. Und da oben nur eins. Und blablabla. Gucken wir uns das mal an. Dann können wir direkt hier reingehen. Schnell reisen. Gucken wir mal, was ist das denn? Zielscheiben. Cool, Freunde. Ich kann schießen. Einigermaßen. Ich übertreibe hier. Ich will ja realistisch bleiben. Aber ein bisschen Optimismus schadet da doch nicht. Eigentlich. Bahn. Ups. Okay, der Karten ist wirklich kaputt. Halt aber auch. Heil dich doch. Toll. Mach der Hurensohn wieder nicht, ey. Ich weiß nicht, warum. Der, der, der kann sich einfach nicht mehr löschen, wenn das Feuer da drin ist. Was soll denn der Mist? Drecksbackschel wieder, ey. Meine Fresse. Da könnte man sich jetzt schon wieder drüber aufregen. Wenn man von schwachem Gemüt wäre. Weil ich ja nicht spinne. Get me sure. So, jetzt darfst du mal landen. Ja, zum Glück ist das nicht so gut versteckt, sondern nur in so eine Lore gelegt. Sehr gut. Sehr gut. So, nächstes Relikt. Jetzt müssen wir es aber auch spüten. Schon genug Zeit verdattelt. Da oben, drüben. Jetzt hätte ich mir gleich nochmal eine Lockierung hier. So. Unterschlupfe vor allem weiß. Unterschlupfe. Ja, ja. Wieder Deutsch hochziehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.